So, meine Damen und Herren, bei uns ist im Haushalt was kaputt gegangen, jetzt brauchen wir einen Fachmann, ja, und diesen Fachmann haben wir gefragt, ob man ihn sofort haben kann, hat er gesagt, ja, ja, freilich, das machen wir heute, nämlich morgen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie jetzt alle mitzusingen, das werden wir gleich haben, das machen wir morgen, geübt haben wir es ja schon, das werden wir gleich haben. Das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir, haben wir gleich, das werden wir gleich haben, das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir gleich. Das Handwerk hat einen goldenen Bohnen, weißt du, das ist ein bisschen Bui, denn wenn's halt was vom Handwerk brauchst, dann brauchst du, dann macht's Geduld, die Aufträge links, Stapelmeiß beim Handwerk im Büro. Und wenn man zackhaft reklamiert, dann heißt die Antwort so, das werden wir gleich haben, das machen wir morgen. Da ist nicht viel dabei, das haben wir gleich, das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir gleich. Im Boot steht's Wasser mit der hoch, die Leitung tropft und tropft, es läuft nix ab durchs Abflussrohr, denn des ist auch verstopft. Die Töpfe, die schwimmen da, schau her, schau aus dem Küchenschrank, es wird wieder alles, sagt der Mann, der wird noch ein Weiblitz blank, das werden wir gleich haben. Das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir, haben wir gleich, das werden wir gleich haben. Das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir gleich. Ein Mensch hat sich eine Wohnung gebildet, doch viel braucht das sanieren, die Wind, der Boden, Gas und Licht, alles braucht das reparieren. Der Mensch, der wohnt ein Jahr im Dreck, dem Himmel sei es geklaut, obwohl ihm jeder Handwerksmann doch immer wieder sagt, das werden wir gleich haben. Das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir, haben wir gleich, das werden wir gleich haben. Das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei, das haben wir gleich. Das machen wir morgen, da ist nicht viel dabei. Das machen wir morgen. Vielen Dank.